Hallo Freunde, ich bin der Cosmic Comic Writer. Herzlich Willkommen! So, wie angekündigt bin ich jetzt auf YouTube und hier geht es um Comic Bücher. Ich werde euch hier immer mal regelmäßig zeigen, was ich jetzt gerade lese, welcher Reihe, welches Heft. Ich werde vielleicht eine Review oder sowas mal machen. Wurde auch schon drauf angehauen, vielleicht mal so ein paar Anfänger-Dinger zu bringen, neue Leser zu begeistern, wie kommt man hier rein ins Comic Buch lesen, weil es ist auch schon ein komplexes Thema. Obwohl es eigentlich ganz einfach ist, einfach was nehmen und lesen. Auf jeden Fall werde ich in die Richtung hier Videos machen und freue mich, wenn ihr das Ganze immer schön fleißig kommentiert, weil ich suche hier die Interaktion mit euch und freue mich auf viele spannende Gespräche. Wenn euch das hier gefällt, dann schaut euch gleich direkt mein nächstes Video an. Das werde ich im Anschluss drehen. Das ist der letzte Einkauf, den ich getätigt habe. Es sind ein paar Hefte dabei, die man so besprechen könnte. Also ich habe nicht alles gelesen davon, ist aber auch nicht schlimm. Man kann sich ja trotzdem schon mal darüber diskutieren und dann darauf gespannt sein, was wohl daraus wird. So, wenn euch das gefällt, guckt nochmal bei Instagram vorbei. Cosmic.comic.rider. Das bin ich. Abonniert den Kanal, läutet nochmal die Glocke. Das war's. Ciao, euer Rider.